Leute, wenn ich das sehe... Und weißt du, was du machen willst? Du wirst heute eine leere Hausabgabe abgeben. Ja. Oh, du bekommst nur eine 6 eingetragen. Oh, wie schade. Wie schade. Oh, machtest dann deinen Einserschnitt kaputt? Bist du dann zuhause geschlagen? Wie traurig. Wie traurig. Wie traurig. Also, wenn ich das sehe, würde ich am liebsten genau zu dem, was das nicht der Video gemacht hat, sondern der, was in echt so wäre, hingehen und genau das sagen. Fick dich, du Hurensohn. So was sagt man nicht. Friedi Fassbär, komm her. Was ist? Töte bitte diese ehrenlose Moverin. Ja, Sir. Gute. Uh, Uh, Uh. Uh, Uh, Uh. Chito Friedi Fassbär, Uh, Uh, Uh. A, Hilfe. Uh, 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 Uh. Fleisch C reißen. A, Hilfe. Hättest du dir früher überlegen müssen? E.M. Wie ist dein WLAN-Passwort? E.M. Wie ist dein WLAN-Passwort?